Ja, das Jobangebot ist vielfältig. Es sind einfach alle Wege frei. Es wird überall Pflegepersonal gesucht. Ob ich jetzt nach Linz gehe, nach Wölz gehe, ob ich nach Rieskirchen gehe, es ist eigentlich komplett egal, weil man kriegt überall Stehen durch dieses große Stellenangebot. Ich glaube, es ist einfach gut, wenn man die Arbeit direkt vor der Haustür hat und man trotzdem so frei entscheiden kann, wo gehe ich hin, in welchem Bereich bleibe ich und trotzdem bin ich in meinem Umfeld. Es ist auch nicht nur ein Krankenhaus, es gibt Altenheime, es gibt irgendwelche Therapien. In einer Arztpraxis kann man als Schwester arbeiten. Also es ist wirklich vielfältig und man kann sich auch dann in den Bereichen noch extrem spezialisieren. Pflege ist ein Beruf, da wird die Arbeit nicht rausgehen. So findet einfach jeder seinen Platz in der Welt für die Pflegeberufe.